PEGI 3 Es ist Herbst in Lakeside und der Horse Club erwartet dich. Reite mit uns gemeinsam in einer offenen Welt, in der es einiges zu erleben gibt. Entdecke viele Orte und Geheimnisse und triffe Kante und neue Gesichter. Finde deinen ganz eigenen Style und den für dein Pferd. Beweise dein Geschick beim Dressurreiten, auf dem Westernreitplatz, im Hindernisrennen, mit bockigen Tieren oder hab einfach nur Spaß. Kümmere dich um dein Pferd und schließe ganz besondere Freundschaften. Wir freuen uns auf dich in Horse Club Adventures 2 Hazelwood Stories. K Untertitelung des ZDF, 2020